Hallo, ich bin Philipp Koch und Sportwissenschaftler, zuständig für das kognitive Training im österreichischen Segelverband. Wir sind hier gerade auf Palma de Mallorca, kurz vor der Morgensport-Session mit kognitiven Elementen. Das Training hilft uns am Wasser, uns auf neue Situationen schnell einzustellen und umzustellen, also neue Reize aufzunehmen und die ganz schnell zu verarbeiten, so schnell es geht und sich auf neue Situationen schnell einzustellen. Es geht darum, dass man sich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentriert und Prioritäten im Kopf schafft und diese schnell wie möglich umsetzt. Jedoch, es soll schwer sein und Ziel ist es auch, eigentlich die Übungen abzubrechen, sobald jeder ein System im Kopf hat, wie was funktioniert, weil das Ziel ja doch ist, den Kopf arbeiten zu lassen und verschiedene Reize gleichzeitig zu haben und dementsprechend schnell Entscheidungen zu treffen, ob es soll schwierig sein und wie es ist. Man macht dann so ganze Nachmittage voller Bootwork und hat dann da Riesen zu tun, wenn das mal getan ist, dann geht es wieder ein bisschen und dann konzentriert uns auf das Segel. Wir müssen mal die ganzen Segel herrichten und entscheiden, welche Segel wir verwenden. Wir müssen einen guten Trim anstellen, der für den Tag passt. Dann brauchen wir noch so Kleinigkeiten wie Ausleger und Schwert und Ruder und sowas. Wir müssen alles polieren, alles super fein machen. Umziehen. Umziehen müssen wir uns, genau. Mental vorbereiten. Segel rauf. Manchmal ist es mehr Bootwork als Segeln und manchmal, wenn wir das dann hinter uns haben, ist es mehr Segeln als Bootwork. Wir haben jetzt unser Boot fertig. Wir sind jetzt bereit für unsere Trainingssession. Cool, dass ihr dabei seid und wir zeigen euch, was wir jetzt gleich da draußen alles machen. Und ich darf heute Tanjas Trapezhose von den Olympischen Spielen 2000 tragen. Genichts, wer schief geht. Ich bin nichts, wer schief geht. Wir wurden intuitiv los pour Ichanlac, wer schief geht. Ich kaufe von einerer und dazu говорю. Nur Nachtjas Swert Journey. Nur Nachtjas Konfliktосс� correspondence with Juni. Ich war mal hier. Ich war allein, nicht mit nicht. Nach freue손, einen GIb breath zu sein. Wir Engineering undites wussten, wie B� ув stake zu seinlos. Allespäß nicht, die Bericht became ganz viele Spiele, Die Saturday election, gesessen, spaciousしょう und die Shaft versuchte sein. Es gibt weitere Philippe bis hier in shove 2atren. Die mit ihr Messen es五 von Segel ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, klar wollen wir, dass wir Gewinn oder Umplatzierung landen und alles andere, was im fairen Bereich ist natürlich und in den Rules, alles andere ist primär. Musik Für unsere Athletinnen und Athleten ist das Rennen gelaufen, wenn es auch wirklich vorbei ist. Wie man auch bei hitzigen Situationen einen kühlen Kopf erwartet, seht ihr nur bei uns. Nicht vergessen, Candidate Sailing zu abonnieren, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.